Musik 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 Oh ich hoffe Hör zu Hey Riley hat was entdeckt Schnapp dir deine Sachen los Team 2 seid ihr in unserer Nähe Negativ wir sind draußen Habt ihr Jungs was Riley hat Wir sehen nach Roger wir sichern den Ausgang 2 1 Ende Dad euch Gibt mir Deckung. Riley, hierher. Sicher, komm rauf. Verdammt nah. Nimm die rechte Tür. Riley hatte wohl Hunger. Friss hier draußen lieber nichts, Junge. Besorgen wir dir was Vernünftiges. 6-1 Lagebericht. Neu paar Tiere. Alles okay. Verstanden. Wir sind unterwegs zu Sammelpunkt Silver. Wir kommen zu euch. Treffpunkt an der Mauer. Wir sind unterwegs. Roger. Da ist sie. Sieht übel aus, aber sie steht noch. Yo, Sergeant. Ist der Bereich sicher? So gut wie. Müssen noch diese Seite der Mauer absuchen. Wir nehmen die linke Seite. Sollte schnell gehen. Treffpunkt bei der Tankstelle. Alles klar. Riley. Riley. Zu. Hast du das gehört? Da ist jemand. Wart auf, Riley. Greif dir das Ziel an. Sofort ausschalten. Alle ausschalten. Werde beschossen. Werde beschossen. Kontakt. Föderationsteams. Diesen Monat schon fünf. 2-1. Wir haben noch ein Föderationsteam entdeckt. Treffpunkt Ausguck. Wir müssen uns neu formieren. Verstanden. Sind unterwegs. Riley. Hierher. Heilige Scheiße. Lasst ihn in Ruhe. Sie töten Zivilisten. Wir müssen da hin. Riley. Los. Wir müssen da hin. Wir haben euch Klima, Charlie. Rauchgranate. Wir sind unterwegs. Verstanden. Kräuter Rauch mattiert unsere Position. Verstanden. Schuss! Achtung! 1 Aufschuss! Ziel erfasst! Fahrt rein. Auf Deckung! Riley, hierher! Wir haben mehr Vögel! Hier lassen! Riley! Logan, nimm einen Werfer und schalt die Vögel aus! Wir geben Feuerschutz! Ruhig, Junge! Ruhig! Riley, los! Kann nicht feuern! Fieler, Weltruhr! Logan, benutze die Lenkraketen, um den Heli auszuschalten! Ruhig, nehmt Josche! Bein Fallei, los! Baten Sie auch sehr! Ruhig, tot der Welt! Ruhig, schärft die Lenkung! Reingang ich nicht. Ich bin noch an die Tränen aus Schieffel. Sicher! Alles sicher! Corporal Davis, los ans Steuer! Roger, übernehme den Transport! Logan, du überwachst von innen! IOTA Achtung! Aufgrund von Angriffen durch die Föderationen wurden alle Versorgungsrationen bis auf Weisiges eingehängt. Wiederhole! Alle Versorgungsrationen wurden durch die Föderationen geschlägt. Achtung! Aufgrund von Angriffen durch die Föderationen wurden alle Versorgungsrationen bis auf Weiteres eingestellt. Riley, bleib! Wiederhole! Alle Versorgungsrationen wurden bis auf Weiteres eingestellt. Los! Finden wir den alten Mann! Dad! Ich hab von dem Angriff gehört. Bleibt ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Dad, Sie haben Zivilisten hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben Sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Dad! Hör zu, Jungs. Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hör zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Wir nennen es Niemandsland. Mit Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich. Zu unvorhersehbar. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Läuft sie. Okay, sieht gut aus. Scanner-Bereich. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich von Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Jetzt. Schalt sie aus! Sicher. Das ist die dritte Gruppe auf 20 Meilen. Augen auf. Es könnte mehr geben. Bereit halten. Ruhig, Riley. Willkommen daheim. Oder was davon übrig ist. Na los. Weiter. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF.